Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Marktausblick für die nächste Woche. Und ich kann schon mal so viel sagen, es stehen einige Zahlen ab. Nachdem es die letzten Wochen eigentlich relativ ruhig war, was so ein bisschen die Newslage anbelangt, steht diese Woche ein paar interessante Dinge da, die ich schon mal rausgesucht habe für euch. All das werden wir uns in den nächsten 10, 15 Minuten auf jeden Fall mal anschauen. Außerdem werfen wir immer einen Blick auf den DXY, auf den DAX, auf Gold, auf alles Mögliche, was euch so im Sinn spielt, beziehungsweise auf was ihr Bock habt. Und ja, bevor wir starten, würde ich sagen, lasst gerne dem Video schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wer es natürlich noch nicht gemacht hat, gerne auf den Zweitkanal, wo jetzt zukünftig auch ein bisschen Aktien-Updates kommen. Und ja, gerne wie immer in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoilen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Trades, kommt da gerne rein. Und ja, damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht, wir ziehen jetzt durch und zwar fangen wir wie immer an mit dem US-Dollar. Hat sich wenig getan, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, so eine Konsolidierungsphase, beziehungsweise so ein kleinerer Dump, in Anführungszeichen, wäre nicht schlecht, aber wir konsolidieren jetzt hier in diesem Bereich zwischen 104 und ich sage jetzt mal 105 US-Dollar. Hat sich wenig getan, diese Konsolidierungsphase. Ich gehe trotzdem nochmal davon aus, wir haben es letzte Woche schon mal angesprochen, dass wir hier so eine Art Inverse Head & Shoulders sehen könnten. Dafür wäre nochmal so ein Punch, sage ich mal, in die 103-Region möglich, könnte so im Laufe des Montag-Dienstags auf jeden Fall kommen. Denn Dienstag, nee, warte mal, doch Dienstag und Mittwoch kommen nämlich dann die ersten wichtigen News und zwar redet hier der Vorsitzende US-Fed-Poll. Ja, da bin ich sowieso mal ein bisschen gespannt, nachdem sich hier die letzten Tage wieder so ein bisschen auch auf Twitter und so, gestern hat wieder auch jemand gesprochen von der FED, dass ich hier, dass man doch ein bisschen mehr erhöhen muss, aber das ist ja das, was wir eigentlich schon seit Wochen oder Monaten immer wieder vermuten, dass ich hier nochmal eine größere Zinserhöhung bemerkbar machen könnte. Also ich gehe weiterhin davon aus, dass wir noch mindestens zwei 0,25% Erhöhungen sehen, aufgrund der eben guten Beschäftigungslagen und sonstiges und er wird hier am 7. und am 8.3., das heißt am Dienstag und am Mittwoch, vor dem Kongress nochmal Stellung nehmen, also zwei Tage zweimal höchste Volatilität, die hier auftreten könnte, also da wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden und das hat natürlich dann auch wiederum Auswirkungen auf den US-Dollar. Sollte hier bestätigt werden, dass die Zinsen doch ein bisschen höher steigen, kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass wir den Dollar hier im Laufe der Woche sogar bei 106 US-Dollar sehen könnten, aufgrund dieser kleinen Ineffizienz, die wir hier noch haben und des 0,382 Fibonacci Retracement Levels. Sollte es mega bullish werden, ganz ehrlich, dann kann ich mir auch hier die 107 US-Dollar Marke vorstellen. Aber wie gesagt, da müssen wir mal, Montag würde ich da noch nicht in den Trade gehen, eventuell dann Dienstag kurz vor der Rede mal so einen kleinen oder so ein bisschen Gamble Long aufmachen beim US-Dollar gegenüber zum Beispiel Euro oder sowas, das lässt sich vielleicht gut einrichten. Könnt ihr übrigens auch bei BingX machen, wen das interessiert, ein bisschen Forex zu traden. Aber das behalten wir mal auf jeden Fall im Blick, könnte sehr, sehr interessant werden. Aber ich glaube sogar eher, der Dienstag wird ein bisschen interessanter als der Mittwoch, weil vielleicht alle Eisen schon mal rausschießen, bevor man dann am Mittwoch wieder irgendwie beschissene Stimmung macht. Würde auch zu einem möglichen Falls Move Monday übrigens passen, dass die Kurse am Montag steigen und dann spricht Pole am Dienstag und wir gehen nach unten. Würde ich gerne mal im Blick behalten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich schon rüber zum S&P 500. Auch hier haben wir eine schöne Gegenreaktion gesehen. Da haben wir ja letzte Woche im Update drüber gesprochen. Es wäre gut, dass wir nochmal diese grüne Box hier hitten und die wurde perfekt auf den Dollar genau abgeholt. Also wir haben hier einen schönen Bounce gesehen. Daraufhin zwei schöne grüne Daily Candles, nachdem es die ersten paar Tage hier noch ein bisschen runter ging. Montag, Dienstag, Mittwoch ging es runter. Donnerstag und Freitag dafür schöne grüne Candles. Wir sind nicht ganz in unseren Zielbereich hier oben reingekommen, ist aber jetzt auch ehrlich gesagt erst einmal Wurst. Wir haben nämlich hier oben oder letzte Woche drüber gesprochen. Okay, gelbe Linie wäre ein schöner Hit, sollten wir die nochmal antesten. Diese ehemalige Downtrend Linie, die wurde jetzt auch übrigens zum allerersten Mal richtig geretestet. Also zumindest nach meinem Chart, bei manchen anderen wurde es schon geretestet. Aber nach meinem Chart wurde es jetzt zum ersten Mal richtig geretestet. Und jetzt wird es darauf ankommen. Und zwar letzte Woche haben wir gesagt, okay, Golden Pocket, das ziehen wir jetzt auch mal hier. Zoom ein bisschen rein. Und da oben haben wir gesagt, okay, hier dieser Bereich bei den 4071 bis 4080 Punkten. Hier könnte der Game Changer oder dieser Trendwende Bereich reinkommen. Das spricht aber jetzt auch und jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die Dienstag- und Mittwoch-News zu sprechen. Montag könnte bullish werden, nach zwei solchen großen Candles, nicht verwunderlich. Und ihr habt gesehen, Bitcoin wurde ja abverkauft, haben wir darüber gesprochen. Dass wir hier noch hochkommen und dann spricht Pole am Dienstag und wir werden wieder absacken. Denn wir haben hier unten noch so ein kleines CME-Gap bei ungefähr 3982 Punkten. Das wäre jetzt erstmal der erste Step, den ich mir für Dienstag vorstellen könnte. Und dann wird es halt interessant. Gut, wir müssen nicht genau ins Golden Pocket. Auch hier haben wir so ein kleines CME-Gap hier oben bei den 4.100 Punkten. Das heißt, die Range für Montag 4.070 bis 4.100 Punkte. Dann Dienstag-Pole-Rede könnte dem Ganzen dann deutlich missfallen. Und dann nochmal einen Rücksetzer bis 3980 Punkte geben. Das ist erstmal so der Fahrplan, den ich für Montag, Dienstag festhalte. Weiter würde ich ehrlich gesagt nicht gehen, weil das dann wieder ein bisschen Spekulationen sind. Was sagt Pole? Wie dramatisch sagt er es? Macht er alles ein bisschen lockerer? Geht die Inflation runter? Also darauf ein bisschen achten. Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich wieder zu den nächsten News. Und zwar wird es am Donnerstag, wie immer, Erstanträge Arbeitslosenhilfe, wird es wiederum geben. Die waren die letzten Wochen nicht einfach so, wie wir sie wollten. Deswegen, ich würde es jetzt nicht übergewichten. Aber ich glaube, der Freitag könnte nochmal richtig, richtig reinknallen. Denn wir haben die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die letztes Mal komplett durch die Decke gegangen ist. Also die Prognose beim letzten Mal, wo haben wir es? Hier unten lag bei 185.000 und es waren 517.000. Und jetzt haben wir momentan eine Prognose von 200k. Ich würde da am Freitag zumindest versuchen, die größten Positionen erst einmal zu schließen. Weil das könnte nochmal richtig reinfetzen in den Märkten. Sollten die, sag ich mal, negativ für uns ausfallen, sollten die besser ausfallen, könnte es natürlich ein bullischer Trendwendebereich werden. Außerdem am Freitag noch die US-Arbeitslosenquote, die niedriger geschätzt wird. Ah ne, Prognose 3,4, vorherig 3,4. Das nervt mich da oben immer. Das ist immer ein bisschen beschissen hier oben. Ja, auf jeden Fall 3,4 Prozent. Man erwartet sich hier einfach gar keinerlei Änderung. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne kommen natürlich auch noch am Freitag. Also ihr seht, wir haben Dienstag einen fetten Tag. Donnerstag würde ich jetzt nicht zu hoch gewichten. Und Freitag sehr, sehr interessant für uns. Und was natürlich auch deutliche Auswirkungen auf die Kurse haben könnte. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal so der Weg. Montag, Dienstag. Mehr würde ich momentan aufgrund der Newslage erst einmal mich nicht rantrauen, hier ein bisschen zu prognostizieren. So, dann schauen wir uns Dow Jones an. Schauen wir mal vom Tag her. Wir sind nicht ganz darunter gekommen. Wir haben unsere gelbe Linie getroffen. Wir haben dieses Low, was wir hier drüben angesprochen haben, auch nicht getestet. Also Dow Jones weiterhin ganz ehrlich in einer absoluten Seitwärtsphase. Da haben wir letzte Woche auch gesagt, oder ich habe euch die zwei Boxen angehalten. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Wir sind hier und hier oben in dieser Seitwärtsphase. Die Seit, was haben wir hier, November ungefähr gilt. Also Dow Jones absolut langweilig. Auch hier haben wir natürlich das Reversal erst einmal gesehen. Genauso wie beim S&P 500. Aber der Blick lohnt sich auch hier. Golden Pocket. Klar, wir sind hier in einer Range. Ich würde das Golden Pocket hier nicht übergewichten. Trotzdem würde ich es in einer kleinen Signifikanz geben. Aber wie gesagt, der Dow Jones ist momentan oder in den letzten Wochen und Monaten das absolut uninteressanteste, was ich bisher gesehen habe. Also danach zu traden will ich momentan nicht. Vielleicht lohnt es sich aber auch zukünftig in dieser Range zu traden. Aber wie gesagt, Montag bleibe ich auch hier erstmal auf dem Bullischen Ast, dass es noch ein bisschen hoch gehen könnte. Bis zu den 33.758 bis zum Golden Pocket Maximum. Aber wie gesagt, traden würde ich momentan den Dow Jones nicht. Abnehmen das Volumen, auch nicht so wirklich geil. Dann lieber auf den S&P 500 zurückgreifen. So, dann NDX, also Nasdaq schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Boah, also manche Charts hier. Ich muss die Charts mal vorher ein bisschen aufräumen. Das ist wirklich grausig. Auch wegen dem ganzen CME-Gap. Sieht nicht wirklich schön aus. So, wir räumen den Chart mal ganz kurz ein bisschen auf. Schauen uns das mal ganz kurz an. Auch hier. So, jetzt passt aber. Also, wir haben das kleine Golden Pocket. Momentan im Stand hier oben 12.487 Punkte. Wir haben hier oben noch das CME-Gap. Das ist diese grüne Linie, die ich hier mal eingezeichnet habe. Also, auch hier würde ich einfach dazu sprechen. Wir haben hier den gleichen Stand, wie wir ihn beim S&P 500 hatten. Wir haben nach unten hin ein kleines CME-Gap gebildet. Im Lauf vom Donnerstag und Freitag. Das wäre so der erste Anlaufpunkt. Das heißt für uns, auch hier Montag. False Move möglicherweise bis hier hoch ins Golden Pocket bei 12.512 Punkten. CME-Gap füllen, Golden Pocket füllen. Und dann möglicherweise Richtung Dienstag das andere CME-Gap nach unten hin bei 12.057 Punkten hitten sollte. Und das ist so ein bisschen dieser Gedankengang, den ich momentan ein bisschen habe. Sollte der Montag bearish werden, könnte das eine positive Auswirkung dann auf die Fettrede vom Pole haben. Also, ich denke, Montag, Dienstag wird interessant. Nach jetzigen Stand gehe ich erstmal davon aus, dass es bearish wird. Deswegen Montag, Pump, Dienstag, Dump. So ein bisschen False Move, wie ich es gerade angesprochen habe. Darauf mal ein bisschen achten. Und ansonsten, warum sind hier drei gelbe Linien, auch wieder so gammelig. Ansonsten brauchen wir hier ganz ehrlich nicht näher auf die ganze Sache. Erst einmal zumindest eingehen. Gut, dann gehen wir zu meinem Lieblingschart. Gold. Wir haben hier den ersten Bounce gesehen. Das war so diese zweite Variante, wo wir darüber gesprochen haben. Übergeordnet bleibe ich bei dem Count, dass wir nochmal ins Golden Pocket gehen. Deswegen ziehen wir das mal ein bisschen rüber. Aber wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass eine erste Erholung stattfinden könnte. Und die sehen wir jetzt eben gerade. Wir haben hier so eine kleine Rejection an den 1.855 US-Dollar-Marke gesehen. Das heißt, wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Darauf mal ein bisschen achten momentan. Die Ineffizienz und das Golden Pocket, das Übergeordnete, liegt hier oben bei den 1.900 US-Dollar. Und das ist jetzt erst einmal für mich auch persönlich das Ziel. Sollten wir hier oben die Rejection reinkriegen. Und da spricht dann auch wieder mit Polen ein bisschen rein. Sollte Polen negativ sein, könnte das wieder für einen Gold-Push sorgen. Ich gehe aber ganz ehrlich weiterhin davon aus, dass wir immer noch in diesem Bereich mindestens 1.789 US-Dollar runterfallen. Oder sogar 1.750 bis 1.736 US-Dollar. Weil, wir haben es bei Bitcoin gesehen, schließe ich schon mal ein bisschen vor. Die erste Abwärtsbewegung, dann das Reversal ins Golden Pocket. Die zweite Abwärtsbewegung, dritte oder der zweite Hit ins Golden Pocket. Und dann eben die dritte Abwärtsbewegung. Das sind so momentan ein bisschen die Dinge, die ich ein bisschen im Kopf behalte. Gold sowieso langfristig erst einmal. Kurzfristig warte ich hier oben aber auf den Hit der Ineffizienz und auf das Golden Pocket, um hier möglicherweise in den Trade reinzugehen und um Gold zu kaufen. Ganz ehrlich, warte ich auf die zweite Abwärtswelle. Die zweite Welle wird dann für mich ein bisschen interessanter, um Spot ein bisschen zu kaufen. Ich möchte ganz ehrlich nicht hundertprozentig auf das Golden Pocket warten. Die 50 US-Dollar kann ich dann auch verkraften, weil Gold wird sowieso spot, also physisch gekauft und das dann auch sehr, sehr langfristig. Da würde ich jetzt nichts drauf geben, ob wir jetzt vom Chart hier nochmal 10 Dollar tiefer gehen oder nicht. Ich würde Gold auf jeden Fall physisch dann fürs längere Portfolio halten, beziehungsweise auch für ein bisschen Diversifikation in meinem Portfolio auch ein bisschen vorzuherschen. Aber das habe ich euch ja gesagt. Gut, dann würde ich noch sagen, zum Schluss machen wir noch ganz kurz einen DAX. Ihr seht, es geht heute relativ flott, weil es sich einfach wenig getan hat. Wir schauen uns ganz kurz mal hier ein bisschen so den Chartverlauf an. Das ist weiterhin so ein bisschen mein Primärszenario. Und was man auch dazu sagen muss, unser Short Trade ist mittlerweile zu leider. Wir haben zwar Profite genommen, da habe ich ja letzte Woche drüber gesprochen. Wir hatten einen schönen Abverkauf. Der Trade war mit einem Dreierhebel kurzfristig 8% im Plus. Golden Pocket gehittet, aber der Markt scheint einfach zu bullisch zu sein. Wir haben kein Lower Low. Also Lower Low wäre für mich gewesen hier die 15.000-Punkte-Marke gesehen. Das lassen wir mal noch ein bisschen so drin. Ich überlege hier trotzdem noch einen möglichen Short Trade wieder aufzumachen. Aber dann wahrscheinlich erst am Dienstag rum. Dienstag, Früh, Montag, weiß ich noch nicht. Könnte mir einfach noch ein bisschen zu bullisch sein. Deswegen würde ich hier am Montag noch ein bisschen die Füße beim DAX stillhalten. Und dann gegebenenfalls am Dienstag in den neuen Short Trade reingehen. Aber ganz ehrlich, war ein guter Trade. 50% habe ich rausgenommen hier. Wer das auch gemacht hat oder viele haben es mitgemacht, habe ich gesehen in der Telegram-Gruppe. Also Glückwunsch. Wir warten jetzt hier trotzdem mal noch ein bisschen ab. Ich möchte jetzt nicht voreilig hier schon in den Trade reingehen. Gut, am Wochenende kann man sowieso nicht handeln, außer Futures. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Wir warten jetzt hier mal noch ein bisschen ab. Wir haben eine schöne Gegenreaktion gesehen. Wir haben aber auch hier unten ein schönes CME-Gap hier drin freigelassen. Bis 15.316 Punkten. Und das warten wir jetzt erst einmal ab. Wir schauen mal, wo wir am Montag sind. Wie wir schließen. Ob wir einfach nur wieder ein WIC und die Liquidität hier drüber holen. Dann ist es für mich ein klares Short-Signal. Und dann, ganz ehrlich, gehen wir einfach tiefer runter. Gut, das war es dann auch zum DAX. Also ich bleibe hier erst einmal noch ein bisschen short eingestellt, was einerseits die traditionellen Märkte angeht. US-Dollar ab Dienstag sehe ich erst einmal ein bisschen bullish. Gut, und dann gehen wir rüber zum Bitcoin-Chart auch hier. Ja, wir hatten unsere Abverkaufswelle, die wir eigentlich auch vorhergesehen haben, beziehungsweise die wir auch, sage ich mal, so ein bisschen die letzten Wochen immer wieder besprochen haben, dass wir einfach drei Wellen brauchen. Die dritte Welle hatten wir jetzt. Die erste war hier, die zweite hier und die dritte jetzt da. Ich sehe jetzt erst einmal, zumindest für die kommende Woche, auch Montag, Dienstag, möglicherweise erst einmal noch mal steigende Kurse, zumindest um das kleine Gap zu füllen, beziehungsweise die Ineffizienz zu füllen, bis ungefähr 23k bis 23.2. Sollten wir hier oben rejected werden, dann wird es wirklich schwer werden, meines Erachtens nach, weil dann könnten wir noch mal die 21.5 sehen. Und im Worst Case sollten wir ein Close unter dieser 21.500 US-Dollar-Marke sehen. Dann sind einfach weiterhin die 18, 19k drin. So ehrlich muss man sein. Das ist immer noch so ein bisschen ein Worst Case-Szenario. Tiefer sollte es dann aber auch nicht gehen. Wir können noch mal ganz kurz uns das größere FIP-Level ziehen von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, nachdem wir jetzt erstmal unser Zwischenhoch gebildet haben, um einfach mal zu gucken, wo sind unsere nächsten Support-Zonen. Und da seht ihr, okay, 19k, 19.7 bis 19.5. Dort liegt das Golden Pocket. Das 0786er ist der allerletzte Support bei 18.235 Punkten. Und ihr seht, das ist eigentlich auch so mein Maximumziel, einfach noch mal diesen ehemaligen Wig hier als Support zu füllen. Wir hätten dann den kompletten Kauf hier als Support. Also momentan würde ein 0786er-Hit nicht verkehrt sein. Zumindest eine ganz, ganz schnelle Korrektur nach unten, um dann ein bisschen zu konsolidieren und dann wieder einen Trend nach oben hin fortzusetzen. Also, kurze Zusammenfassung. Montag sehe ich noch Bullisch. Dienstag, Pole-Rede, da wird es dann sehr, sehr interessant. Dienstag und Mittwoch und vor allem der Freitag mit der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenlöhne und natürlich die durchschnittlichen Stundenlöhne. Nächste Woche steht viel an. Könnte eine interessante und volatile Woche werden. Ich will euch jetzt nicht weiter aufhalten. Gerne dem Video wie immer ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe joinen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und ja, beenden wir das Video wie immer. Schönes Wochenende und stay cool.